wir sind ja fast am ende sag ich jetzt mal wir sind schon im letzten dungeon und wir haben zwei siegel gebrochen weiter also hier ist das haben wir nicht gute fangen jetzt machen wir den wagen des wald eine schatztruhe mit rubinen oder oder natürlich und jetzt brauchen wir den Feuerstuhl wie soll man hier ohne Feuerstuhl weiterkommen hier gibt es keine Fackel ist das liebstes also ich weiß nicht und jetzt da muss ich dann mit dem Pfeil arbeiten das war die hier das ist das ist das ist und ich hoffe das wird nicht mehr reichen das wird nicht mehr reichen oder? natürlich nicht oh man nein nein hier geht doch nirgendwo shit shit kack ich brauche mal ein bisschen Energie ich gucke uns mal was anderes an das müsste Feuer sein hier man wird gleich ich mache das ist ich habe das ist ich kann es ich auf das ist ich habe ich kann Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Genau. Ähm, Enterhaken? Ja, komm, ficken. So, ein bisschen wegziehen damit. Komm, 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 komm. Jawohl, wunderbar. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Gott. I can skip away. Mache ich Energie? Jawoll! Und jetzt? Ich weiß schon was ich machen muss. Schätze ich mal. Stimmt. So. 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 Die hängen. Okay. Bestimmt so muss ich machen. Warum soll ich jetzt sonst mate Energie bekommen haben? Nein. Nein. Lass den öffnen. Das ist eine Öffnung, aber... Hä? Warum ist da eine Öffnung? Ja, ich kann mir denken, warum... So vielleicht? Naja... Ich bin schla, Leute. Ich bin schla, Leute. Ich bin schla, Leute. Ah, Schatzstrue. Eine Schatzstrue, who? Schatzstrue? Schatzstrue? Wo ist die... Hä? Wo ist die Strue? Draußen. ... ... ... ... ... ... Du kannst keine Klammerminen haben. So, jetzt hier. Sonne entzünden. Ja, aber irgendwie habe ich hier kein Licht. Ja? Habe ich hier nicht? Nein. Ähm. Ähm. Ja. Hä? Ich weiß nicht, wie du schon mal? Nee. Ähm, ähm, haha, Leute wie ich... Hä? Wie klinge ich? Ich brauche Licht? Hä? Wie soll ich das denn machen? Es bringt nichts. Es bringt nichts. Da wird Licht fallen. Aber... Versuchen, Leute. Versuchen. Einfach mal versuchen. Ne. Wie denn dann? Oh, ich... Ich... Ich weiß am besten nicht, wie ich da weiterkommen soll. Äh... Ich glaube, ich habe... Ich glaube, wenn ich die Klammer bekomme, Ich muss vielleicht die Krabbelmine entzünden. Denk ich mal. Also das Gehen ist so ungenau. Da muss ich nachgucken. Da muss ich nachgucken. Das weiß ich jetzt nicht. Was ist das? Ich kann mich schon mal vergessen. Das ist der Krabbelmine. Das ist der Krabbelmine. Spanien aber trotzdem weiter Sie war im Wald, dann können wir sonst noch nichts machen Da fehlt inzwischen mal eine Schinergie oder? Ne Ich muss hier berühre was anderes erstmal Also im Anderen muss ich nochmal nachdenken wie das gehen soll Wie soll ich denn... Wie soll ich denn... Entzünden... Diese... Sonnen... Anleuchten beim Schindeln Wenn... Wenn ich kein Licht habe, was sie hier rein scheinen Okay, jetzt gehen wir mal... Dann gehen wir mal in den Feuer Wir gucken uns mal Feuer an Ja... Ja, wir können nicht lange hier bleiben Dann ziehen wir eine Stellung So... So... Das versinkt Leute... Das versinkt... So... Oh... Ich Ja... Oh... collects alle Die Ah... K pouvez doch mal machen... Lass sich für auch zu wissen... Ah... So, dann ... Hier ist mein Hilo. Komm! Sprich! Halt dich fest! Nein! Ja, Leute! Hey, das ist doch blöd! Wie soll ich denn da hinkommen? Hey, hinkommen! Sollte ich, komme ich da wieder zurück? Nein. Hier, wieder auf. Hier müssen wir Lied der Hymne der Zeit spielen. Lied der Zeit, rechts, A, runter, rechts, A, runter. Gut, also. Rechts, A, runter, rechts, A, rechts. Nein. Rechts, A, runter, rechts, A, runter. Ja. Ja. Ich kann die anheben. Interessant. Ahhhh. Ahhhh. Ich habe diese Kraft, aber ich kann die anheben. Wunderbar. Jetzt natürlich einfach nicht. Jetzt natürlich ist es einfach. Hopp. Und jetzt. Hopp. Hopp. Gut. Gut. Wunderbar. Springen. 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 Hier rauf. Ich wollte erst mal verlangen, dass ich jetzt von diesem komischen Ding von unten geht da raufschieße. Oder wie? Das ist scheiße schwer. Weil das Ding geht ja unter. Und ich muss ja auch genau ziehen können. Das kann ich ja ganz ganz schlecht. Was mach ich denn für ein Scheiße? Was mach ich denn für ein Mist? Ach, das... Ey, Leute, da sehen wir jetzt schon wieder so ausfallen auf. Kann ich jetzt so ausfallen aufregen? Okay. So. Nein. Jetzt. Rüber. Komm. Oh. Jawohl. Nein. 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 Jawohl. Wir haben Feuer geschafft, Leute. Jetzt. Ja. Wir haben eure Feuer Moore gewommen. Genau. Und? Wir haben alles rauszione 아 sist�isch. Sven Diel modo. Auch. Als vorwarz vehicle ist. Du verd蘋. Beide. Du verdrietig können. Ich hab's. Ansonsten Voyager, wie mal machen. Ich hab's ja mal nehm. Also ich weiß das glaube ich... Hau ein sch luôn das mein, ä 까 derrière. Wie soll ich die Sonne anleuchten in diesem Scheiß Raum? Ich hab keine Ahnung, ich hab null Ahnung. Ich hab doch kein Nichts, wie soll ich denn das machen? Was ist hier dran? Was ist hier dran? Kommen wir weg, boom. Na komm. Ich müsste.... Was ist... Eine Skulptula? Eine Skulptula? das ist sicher nur sie hier nur mit dem auge was ich schätze mal die ganzen tun rundherum sind alles fallen ich habe es gewusst die 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 man hat eine aufgabe die mit der nächsten um den bieten der letzten mal noch mal herz schätze ich mal schätze ich mal also drei pfeile einmal herzangebinden einmal pfeile Leute wenn ihr das wenn ihr sie hier seid wisst ihr was ihr auch öffnen müsst was ihr zu lassen solltet ja komm ich muss mir zählen dass wir spielen ähm links war frech, links war frech links war frech, links war frech ich denke da und nach wie muss ich diese dinge öffnen diese sondern leuchten, wie mache ich denn das bisschen blöd jetzt Was ist das? Wohin sie irgendwie sch... Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist denn einer? Ja ja Was ist das? Nee Wo denn noch? Ah, hier Ich weiß nicht, was ist das sch... Ich weiß nicht, was ist das... Sie sind hier rein oder die andere? Äh, 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 wie muss die Tür noch rein? Scheiße, Leute! Geh rein, Link! Oh, eine Sekunde noch! Boah! Hier war ich schon. Hier war ich schon? Hier war ich doch noch nicht, oder? Heee? Nee, ne, Leute, nee, 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 nee. Ich schätze mal, dieses Siegel, wo es nur da lang die Zeit läuft. Oder? Ich kann rein. Wo ist das Siegel? es gibt noch weiter ahahahahaha ja dieser penner ah dieser büde penner ah ich hasse ihn ah ja dieser penner das war glaube ich geistertempel oder was es war äh ich meine Schattentempel oder? ne wieso er das Lichtziegel ist gebrochen schnell jetzt also das war das war nicht das war einfach quasi ein Tempel ich wollte ja das Ding noch sammeln Egal wieder ein Siegel weniger so Leute hier machen wir einen kurzen Schnitt und bis zum nächsten Mal tschüss und bis zum nächsten Mal zweifle